Wir hatten vorher den ME880 als 21 Zoll Hinterreifen gebaut in einer Sonderserie. Wir sind jetzt aber dazu entschieden, das neue Profil in dieser Dimension anzubieten. Das heißt, der Nachfolger vom ME880 ist der Triple 8, wie wir ihn nennen, ME888. Wir zeigen hier zum ersten Mal das Hinterrad in dieser Größe, passend zu unserem 23 Zoll Vorderrad. Der Reifen ist exklusiv über die Firma Thunderbike zu beziehen, die auch das Motorrad umgebaut hat. Und die eben auch als einer der wenigen Herstellern die Räder entsprechend an dieser Größe anbieten. Die Räder sind hier Spezialanfertigungen aus dem vollen gefräst, also relativ aufwendig. Der Vertrieb erfolgt exklusiv über die Firma Thunderbike. Die Räder sind hier im Verkomsten für den Pfade zu gehen. Die Räder sind hier auf geschwäst. Die Räder sind jetzt hier im Verkomsten für den Räder! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020